das ist nämlich auch immer so das gefährliche wenn man gerade beim pushen ist dass man dann vergisst dass die minions die türmer auch killen können ja das ist aber vollkommen egal die minions kriegen niemals so schnell irgendwas hin dass du da wirst du wie angst haben solltest davor also das spiel ist gewonnen da kann können sie gegner machen was sie wollen ja da wäre ich eben vorsichtig ist es kann es kann es wenn du da nicht auf was man mal nicht spielen hat okay ich überlege gerade ob ich mir noch was für die ob ich mir noch was für die abklingen zeit hole dann habe ich sie ich will lieber noch fähigkeitsstärke 1200 kannst du nicht sechs doch 1200 brauche ich bis ich insgesamt voll bin dann habe ich wohl wieder noch ein item machen aber ich habe mittlerweile wieder eine positive score auch wenn sie nichts im vergleich zu einem jahr so ist ja mal mega abgeht ich habe jetzt 438 also wie weit ich habe über den sprung gerät gesprungen bin wie weit du einfach mal über den sprung gesprungen ist wie weit ich gerade mit dem sprung einfach mal gesprungen möchte ich so okay das team da ist ja so das team greift an jigs geht rein krissaner kommt nein jawoll oh mein gott danke schade da hat mich die mir noch bekommen ne lux hat mich bekommen oh den kriegst du locker wir hätten die Speer draufhauen naja wäre ich mir nicht so sicher hau die Speer drauf nein der war zu schnell hau deine Laterne hin hier dann siehst du was da los ist hier hau da ein Wort hin durch den Busch durch, ja? durch den Busch durch, genau, super hier guck mal, ey und, haut drauf ja, das war klar oh man was du ein Schwein äh, der stirbt jetzt wahrscheinlich ne, hat er grad noch so geschafft so, ich bin jetzt bei 560 AP ich bin noch nicht so weit meine Ulti macht dann ähm meine Ulti macht jetzt, äh 1300 Schaden 300 Schaden wo ist'n der Feind? äh auch jetzt BAAAAM Oh, jetzt wollte ich grade mein Speer schön da ne dies war nicht. heute nicht. so, nice. jetzt ist auch lustig, dass der explosionsradio ist meiner waffe größer ist als der explosion scheint größer als der normal schaden wenn sie verfahren willst, dann geh auf die bot. warum auf die bot, wenn dann auf die top, glaube ich. erst mal kaufe ich jetzt hier etwas ein. ich habe adi und ap jetzt. wenn ich ulti jetzt hätte, habe ich auch gleich, dann hole ich mir hier ein. nicht meine drei vergessen, nicht meine drei vergessen. also ich bin aktiv effekt. ok sie kommen mal runter. die kommen mal runter, die kommen mal runter. klasse. ist verloren. oh, hab ich niemanden gekillt ohne miss? mit der ulti nicht? die macht 1000 schaden. das ist ja jetzt mies gewesen was hole ich mir da setzt das letztes hole ich mir dann genau das ist das mit dem mit dem bärin was ich meine da wird sich dann so auf dem bärin versteift ja alles andere vergessen gemerkt wo alle jetzt will ich noch das relay crystal zepter und dann habe ich 2300 leben da sagen wir mal 2400 am ende und hab dann macht dann ich habe jetzt einen ap schaden von 620 und die ist also jetzt mit 1000 4500 ap fast macht meine ulti ich habe kein bärin fällt mir gerade auf sehr unschön wollte ich mal sagen ja der bärin haben wir werden die bock gemacht aber ich ihn geschafft ich bin dafür gestorben ich habe ihn extra rein gerannt ich dachte ich krieg wenigstens 12 dabei aber aber gar keiner kriegt und war nicht schlimm ich bin dafür gestorben dass sie den bergung kriegt jetzt 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 aber jetzt 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 kommt schon jawohl und weiter geht weiter geht weiter geht ich hätte auch noch ein stundenglas aktivieren ich hätte auch hier noch den manchen schaden aktivieren können ich brauche den blut unbedingt oh mein gott ok war aber nicht reingehen ich bin mal hier dann kann man schauen was sie ist da ist die lux da ist die morgana sehr schön oh hilfe wo ist er ba wie ich es weggekickt habe hast du gesehen sah gut aus will der das durch die wand machen ja weiter will durch die wand wosi weg da weg da weg da weil ich sage ich sage es vor allen dingen noch ne ja da bin ich doch da weg gegangen aber da war es schon zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät ich habe keinen bekommen ich bin da so geil reingesprungen na egal also ihr merkt schon liebe freunde ich spiele sehr aggressiv wie halt immer und vermasselt dadurch alles kann ich jetzt das supporter item wieder drauf mach dir mal bitte den dragon ich brauche 200 gold noch das supporter item kann ich doch jetzt verkaufen ja kannst du machen dragon i need 200 gold die machen wirklich nicht ja nicht 20 200 ach man kommt und ich will voll equipped sein wenn ich da rein renne jetzt oder ein turm killt ein turm das ist auch die idee was macht der dritte anleine ich sehe es schon genau das geht auch so in die hose ja jetzt will ich jetzt nicht ich komme ich komme jetzt ich kann es nicht anschauen mit euch wo ich schon was beim bluboff sind natürlich auch eine idee ich werde beim bluboff oder zurück in die base wir sind stirbt oder überlebt das volle quip so jetzt kannst du mich mal bestaunen tristana 2300 fast 700 ap schaden nicht schlecht oh mein gott oh mein gott oh mein gott hilfe leute 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 ich hätte auch mein stundenklasse aktivieren können mist alter mist ich vergesse das jedes mal wieder ist das so schlimm ok noktron stirbt ne schafft dann schon da nicht aber es könnte knapp wenn wir ja so ich hab jetzt 2016 ist auf jeden fall es ist ein cooles score aber es geht wesentlich besser wenn man sich nicht so verleiten lassen würde aggressiv reinzugehen in irgendwas der punkt ist wenn man natürlich wenn man natürlich so der schaden macht und alles drum und dran sagt man sich ok da kann ich schon mal reingehen so viel schaden ja das kriege ich hin und dann zu bahn wenn sie auf einmal alle nehmen die und du bist trotzdem dort wo organa ist hier ok bei einem der fiddlesticks ne der rest ist eigentlich gar kein problem und der fiddlesticks der kotzt mich mega an weil der einfach meine äh meine xpeed behindert was halt für mich äh von nachteil ist tristana ist hier babies na wer will ein stück tristana haben saftig knackig und so ein zeug und da habe ich nach dem kill gelandet bau 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 oh ok nice und ich bin nicht gestorben dabei bin ich mal so sehr vorsichtig reingegangen oh ich dachte ja ja das war ziemlich gämlich ich bin aber ich habe auch keinen ich habe auch keinen lebensregeneration die müssen wir vielleicht mal noch ich habe auch ich habe gar kein item für die lebensregeneration sind gerade auf der team muss aber auch ganz schön gewagt der greift mich jetzt mal wieder an und er stellt seine pilze mal mega dämlich ähm vor allem geht der team mehr auf ap das ist ja kein problem du kannst ja machen für die pilze ja der punkt ist aber nicht nur also er geht halt auch so ein bisschen auf ad und was haben wir gelernt diese mischung macht es nicht oh es ist auch so doof dieser dämliche fiddlesticks regt mich so auf fiddl you are not cool oh jetzt habe ich nicht mehr geworfen du bist irgendwie gerade am sterben wollte ich dir nur mal so also falls du es sich bemüht bekommen hast zu leben bei ja genau du ich habe volles leben bei mir sind noch nocturn und leeson ich glaube ich hole mir statt dem ding warte mal wir haben doch irgendwo das hextech gibt wieviel fähigkeit stecken nun hole ich mir jetzt einfach mal statt dem ding das hextech was ich mir nicht leisten kann euer ernst boah durch meine sperr hat er mir das noch bekommen ich brauche 300 gold ich brauche 300 gold please make a tower versuchst du mal den tower irgendwie zu killen ne 5 sekunden ja na klar das wobei jetzt leben nur timo und fiddlestick was war das denn das für eigentlich hätte wir jetzt richtig naja ich hätte man jetzt richtig schön pushen können können wir auch immer noch go 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 Komm schon, gib mir die Farm, gib mir die Farm, gib mir die Farm, gib mir die Farm. Was war das denn jetzt? Farm, 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 farm. So, jetzt müsste ich es eigentlich haben, oder? Jawoll. Hextel. Bam. Und los geht's. So, ich habe 700 Fähigkeitsstärke genommen und 12% Lebensraum davon, dass ich mindestens 70 Lebensraum. 100 Fähigkeitsstärke. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. 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 Jetzt kommst du rüber wie so ein übelstes Noob-Child. Ah, gib mir einen Penta, gib mir einen Penta. Wär doch cool, wenn die sich extra hinstellen, für mein Video mir einen Penta geben, das wäre mega nice. So, 8, 4, 19. Ja, ich denke, ich bin Supporter. Aber ein Penta sollte man sich verdienen. 8, 4, 19. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich finde, du hast einen sehr guten Score, vor allem hast du sehr wenig Tode. Wenn man sich da im Gegenprinzip zwar mich anschaut, ich habe fast die Hälfte aller... Ne, gut, so krass nicht, aber ich habe eine Menge Tode im Vergleich zum anderen. Moment. Jetzt mach ich mal was, was ich fast eigentlich nie mache. Guck mal mein Ward an. Was, wo? Guck mal mein Ward an. Ich habe mir jetzt den, ähm... Super Ward gekauft. Ähm, ich bin jetzt am überlegen. Das ist toll. Ob ich mir Rabatons Todeshaube plus 120 Fähigkeitsstärke oder leeren Stab plus 70 Fähigkeitsstärke. Also Rabatons Todeshaube ist auf jeden Fall für jeden APC-HP unermisslich, weil da gibt ja 30% extra Fähigkeitsstärke für alle Fähigkeitsstärke. Und deswegen ist der unermisslich. Wobei der leeren Stab, der leeren Stab gibt natürlich, also magischer Schaden ignoriert 35% der Markieresistenz. Oh. Halt auch nur 70% Fähigkeitsstärke. Oh. Das war den hier. Bam. Kaufen uns die Todeshaube. Was macht das hier? 70 Fähigkeitsstärke. Was macht das hier? 70 Fähigkeitsstärke. 45 Magieresistenz. Und ich sehe aber gerade hier die Aura verringert Magieresistenz um 20. Der leeren Stab würde mir nur 70 Fähigkeitsstärke geben, aber 35% der Magieresistenz werden ignoriert. Dann behalten ihn auf jeden Fall, das ist mega gut. Falls einer von denen... Man muss halt gucken, was das Megateam hat. Das Megateam? Man muss dann gucken, was das Gegenteam hat. Ach egal. Also ich mache jetzt 572 AP Schaden, 113 normal. Ich denke, damit bin ich relativ gut aufgestellt. So, jetzt will ich aber noch meinen Penta haben, ohne müsste. Gimme my Penta! Please! Machen wir jetzt fertig. Ja. Wenn wir noch... Ein paar Sekunden warten, dann haben wir jetzt Minute 50. Ja, Minute 50. Haben wir? Haben wir sogar erreicht. Bam und ich habe bei... Es war 50.01. Ich hätte beinahe noch den Timo gek... Ich hätte beinahe noch den Timo gek...